In diesem Video wollen wir die Aufgabe 2 geteilt durch 0,4 rechnen. Wir suchen also das Ergebnis hier von dieser Aufgabe. Und falls dir die Division etwas schwer fällt, kannst du dir das auch immer umgekehrt als Malaufgabe vorstellen. Also was mal 0,4? Wie häufig muss ich die 0,4 nehmen, um auf unser Ergebnis von 2 zu kommen? Dafür hast du hier unten einen Zahlenstrahl zusätzlich als Hilfestellung gegeben. Und damit würde ich dich bitten, pausiere doch kurz und probiere mal, ob du es alleine schaffst. Also, der Zahlenstrahl hier geht von 0 bis 2. Und zwischen jedem Ganzen 0 und 1 haben wir insgesamt 10 solche Schritte hier. Das heißt, das sind Zehntelschritte. Und 0,4 sind somit, wenn ich das mal durchzähle, 1, 2, 3, 4. Das heißt, von hier, von der 0 bis dorthin, dieser Sprung hier, das sind gerade 0,4. Das wäre also einmal 0,4. Da landen wir bei 0,4, also noch nicht bei der 2. Und das kann ich jetzt wiederholen. Also ich gehe auch von hier, 1, 2, 3, 4 Zehntelschritte. Das heißt, das ist das zweite Mal. Das ist auch noch nicht genug. Beim dritten Schritt landen wir hier. Dabei darauf achten, jeder Sprung hier ist genau gleich groß. Wir sind jetzt bei 1,2 und jetzt siehst du es wahrscheinlich schon, der Sprung reicht auch noch nicht. Aber mit dem fünften Sprung hier, der auch genau 4 Zehntel, 0,4 groß ist, landen wir exakt bei der 2. Das heißt, 5 mal 0,4 ergibt unsere 2 und somit ist umgekehrt 2 geteilt durch 0,4 auch gerade 5. Und dann ist das eine dritte Klavier, der auch gerade nicht. Vielen Dank.